und ja wir haben in der zwischenzeit beziehungsweise zwischen folgen habe ich bisschen weiter gemacht ich habe wie ihr seht gasträne im inventar und die gasträne schmeiße ich erst mal raus denn ich habe das ganze nähte abgebaut habe ich das boot dabei jawohl also was heißt abgebaut fertig gebaut so wie ich es gerne hätte und zwar zeige ich euch das jetzt gleich nämlich ganz genau so es fehlt nur noch die karte das coole ist da hinten zwar trotzdem monster da muss ich noch irgendwas überlegen dass die netz born wie ich das wirklich ich dachte nämlich mit fackeln aber man kann jetzt so ultra schnell reisen da bin ich auch ganz ultra schnell jeden ganz ultra schnell hoch ups boot jetzt weg jetzt muss ich rüber weil sonst habe ich kein boot sonst muss ich laufen so ganz so ganz so schnell kann ich einfach hier rüber in den dschungel und wenn ich lust habe hier dann irgendwann weiter zu gehen da hätte ich das mal und und jetzt geht's ganz schnell einfach gegen die wand gedauert kommt mancher hier gibt es noch einen weg genau da muss ich dir muss ich noch bauen zur festung und ja das wäre denn das wäre der netter so kann sie ganz schnell heraus so warte mal wo muss ich hin da muss ich hin das ist hier jawohl kann eigentlich stehen bleiben hier ist noch die leere kiste aber hier sind noch ganz viel kompensort brauche ich doch nicht mehr ich habe da wieder 10.000 millionen so kann ich hier auf jeden fall jetzt ist die karte so abbauen das könnte ich eigentlich machen was habe ich da als zig zack spiel ich nicht 1 2 komm einmal will ich noch verzaubern 29 kommen noch ein bisschen erfahrung 30 level oh pack mal slime den nehme ich doch gerne mit der ist auf der anderen seite komm ich da hin ne komm ich nicht so jetzt komm erstmal hoch slime komm komm boot boot ok kein einzigen magma creme was soll denn der scheiß ok ja gut dass ich weiß dass ich mir reinbauen kann zwar genau hier und jetzt ganz schnell sprinten und springen und schnell schnell zurück in die oberwelt und hier habe ich nämlich auch noch mal ganz viel ddw sehr schon ganz viel komplett geht's hin gucken ob du mir jetzt was bringt wenn ich mich hierhin deckt weil ab und zu mal bringt die katze was zumindest war das war guck da die ausgekriegt ein fädelchen das war nichts wirklich was ich brauche aber so was verzauber ich denn ich nehme mal das schwert ich nehme mal die hose ich nehme mal die axt so hose haltbarkeit 3 könnte man machen effizienz 4 ja komm effizienz 4 hat man auch selten ja glück 3 das ist in ordnung haltbarkeit 3 und knockback 2 ja knockback 2 will ich auf keinen fall haben wobei das dann auch cool wäre naja fürs nächste mal wenn wir 30 level haben die kann man hier eigentlich doch kombinieren oder nur ach ich kann aber dann mache ich die versauberung weg ja dann nehme ich die erst mal so mit ich habe jetzt kein unterschlupf nur aber ich würde schon getötet habe ich nicht gerade mal ganz schnell ein bisschen erde da ich baue mir den afer hier rein aber jetzt seid ihr weg jetzt habe ich nämlich zu lange gewartet weil jetzt können wir nämlich auch als nächstes die doff bewohner holen nur ich muss gerade überlegen wo ich das hin mache für die ich denke nämlich ich wollte hier ein bisschen ab die bäume schon wieder habe ich doch am meisten lieb und ja das wäre schon geil oder ich baue dir erstmal in berg ein das könnte ich auch mal mach ich auch geht erstmal schneller wo die hinkommt das kann man ja alles vorbereiten auch das ist schon das ist schon die finale höhe da kommt die nämlich hier rein und ich würde einfach mal sagen wir machen erstmal zwei fanskates falls wir die ne wir haben keine die haben wir nämlich alle verbraucht und zwar meistens mal so fanskates zwei stück genau und jetzt suchen wir gleich erstmal kurz ein dorf wo wir die dorf bewohner holen ein boote es reicht ja erstmal ein boot weil ich kann ja eh nur mit einem fahren ach hier ist der engel gekommen ach der hat sich aber auch teleportierte lohnen wir uns oder 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 viel der mit ein graus block ohne silkt hat so habe ich hier eigentlich die war mit den options musik und sound zehn prozent ist auf jeden fall gut so jetzt gehen wir mal hier so warte mal was war das war kein dorf was war hier ist jetzt wenn man die ganze schüler weg gemacht hätte wenn die da geblieben werden wäre es gut gewesen hier aber oder hier war glaube ich das dorf und hier habe ich dann auch mal hinten zugemacht da war nämlich offen ist mir beim bauen beim bauen aufgefallen so als habe ich natürlich doch ich habe ein bisschen erde dabei weil ich darf nämlich nicht irgendwo ich muss ja hier irgendwie gucken dass ich mit dem hier hochkomme und wie mache ich das am besten ach mit denen dann mache ich das sind zwar jetzt gerade leder arbeiter aber die nämlich so setzt sich die erst mal ein boot rein da können nämlich auch gleich nicht weglaufen so dann komm du mal hier rein jawoll warte ich mache jetzt erst mal gerade ganz schnell sie in einem links drin so dann mache ich noch mal ein boot habe ich nicht genug als für und dreist erst mal das hier ab so einmal da rein und einmal da rein da setze ich mir ein komm nö du sollst nicht hier drauf gehen das spitzsäcke ist kaputt ja ja gut ach die sind in einem drin komm nehm ich mal kurz die so jetzt müssen wir mal ganz schnell ganz geschwind mit den mit dem nach hause so jetzt komme ich hier vorbei ja ich komme mir vorbei so geht das ach ich kann mich da runter backen oder muss ich den da rausschmeißen könnte auch sein dann baue ich nämlich hier so ein käfig komm er kann auch noch mit dabei hauptsache der läuft nicht weg so und jetzt muss ich schnell sein sonst ist er gleich wieder zurück wo ist er halt stopp nicht weglaufen oh nicht da rein so jetzt muss ich nur hier ganz schnell jetzt habe ich keinen so jetzt kann er erstmal hierbleiben jetzt gehe ich erstmal hier durch und ich habe kein Holz zwei mache ich hier noch ein boot dass ich wieder zurückkomme so und das war zu viel gelenkt so einmal dahin und wo ist es 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 da ist aber ich könnte das boot vielleicht hier lassen vielleicht geht das gleich dann ganz automatisch vielleicht geht er dann gleich ganz automatisch da rein und genau aus dem grund habe ich zugebaut weil die gast wieder kommen und meinen hier ein strich da durchzumachen so so und weil hier hoffentlich zwei reichen zum vermehrt so du gehst jetzt genau da rein genau dann und dann mein plan ging auf mein plan ging auf mein plan ging auf jetzt habe ich das spot habe ich mitgenommen so jetzt gehe ich erst mal hier rüber und jetzt wieder das ding sind genau und zwar setzt das boot doch nur jetzt hat sich das eingesetzt so oder noch mal zurück dann setze ich das dahin und setze hier die blöcke zu dass da nichts durch kann und ich gehe erst mal schlafen zu erst mal ein sparen punkt resetten und der kleinigkeit trinken und dann ganz schnell hier rein so hier müsste ich vielleicht auch noch mal zu bauen kommt jeder durch dankeschön so und dann transferieren wir dich einmal hier rein und hier müssten wir eigentlich bisschen mehr ausbauen und ich muss gleich noch fackeln holen beziehungsweise gucken ob ich kohle habe und das ganze hier so ein bisschen so bis das nächste kommt so hier dorf bewunderte bis auch gleich dran so jetzt wird so erst mal hier aus dem portal raus gehen dann kann ich ausgedrücken weil irgendwie habe ich gerade ziemlich viel Durst so dann hol mir dich auch mal hier rein einmal hier rein nein ich wusste nicht dass man da durchfahren kann Entschuldigung das tut mir leid naja das kriege ich schon wieder hin mit denen angeboten ich werde ja mit denen noch handeln aber noch nicht jetzt so dann einmal weg tun und habe ich meine zwei bote ja habe ich so jetzt brauche ich erst mal zwei betten da gehe ich am besten hin und nehme mir einfach die die beiden hauptsache die haben betten dann kann ich gleich mal gucken einmal da und komm damit ihr euch nicht streitet mach 70 da weg da hin und da gibt es jetzt gleich erstmal ganz viele karotten beziehungsweise muss ich ja dann auch noch ein paar mehr betten da reinsetzen fällt mir gar ein ist mir aber egal ich habe keine karotten zumindest habe ich gerade keine gesehen dann pflanzen wir nochmal gerade 80 stück an so ganz ganz schnell so die karotten habe ich dann nehme ich mir eine schere die ich nicht habe rohstoffe der hatte bei scheren habe ich doch irgendwo erheblich blumen reingetan genau schere habe ich da und die falte schmeiße ich mal hier rein das auch ne das nicht und den da rein und den hier rein und rohstoffe tue ich mal hier rein das war meine erste ender battle 64 platze sind noch nicht dran 17 ja kann ich gleich mal haben wir jetzt erstmal da gut gut dann hier wollte ich hin wenn man jetzt noch irgendein zwölfendes boost hätte dass man schneller laufen könnte wäre es gut so farbe ist mir egal hauptsache wolle und nein was habt ihr für farben ja dann müsst ihr sterben ich will nicht dass ihr hier rumlauft sterbt habt ihr pech gehabt die tiere muss ich sowieso nochmal vermehren habe ich schon lange nicht mehr gemacht so dann kann ich hier doch gerade bett machen kein bett kein bett kein holz dann die dann den dann den dann braun kein platz mehr so ja wie mache ich das ganz schnell rein so ja vielleicht hole ich erstmal tue ich mal da rein ist zwar nicht die kiste dafür aber das interessiert mich nicht so hohe stoffe blöcke da blöcke hier genau hier wollte ich hin ich wollte nämlich die da haben die mit die kann ich auch nur kombinieren und dann gehen die verzauberung weg aber nehme ich mal hier die ja kombiniere ich jetzt nicht weil ich hätte ja theoretisch eine silk hat so ganz schnell hier weg damit da kann ich jetzt nämlich auf jeden fall ein paar betten machen die wieder nach drei stück habe ich noch ja dann mache ich die drei noch eins zwei drei ja hier ist es dunkel ich weiß ich gebe mir auch stets mühe mir jetzt fackeln zu selbst wenn das fackeln sind wie hier vorne die oder die nicht aber habe ich noch kohle ja ich habe noch kohle dann kann ich dann noch fackeln machen und ausleuchten das ist nämlich wichtig so wenn ich die fackeln habe dann hier schmeiße ich dir mal das zu und das hier sollst du es auch sammeln sammeln die das auf oder hier jetzt baby time ach der wird der hat sein baby gemacht so jetzt müssen wir gleich erstmal schlafen gehen da hätte ich noch ein braunes bett das braune bett stelle ich oder habe ich davon ne habe ich keins mehr stelle ich es mal hier hin zapp zapp gut dann boote ja komm weg damit die wolle die habe ich ja brauche ich nicht also die was ich habe ich kann ich mir jederzeit wiederholen kein brennstoff mehr und dann nochmal gerade ach so nehme ich die noch mit jetzt kann ich zwei ganze stacks wieder machen und schmeiße nochmal ein ganzes stack oben rein so die landen jetzt erstmal draußen und zwar genau hier mir fehlt auch nur noch der power fish für mein glück komm leg dich ins bett so jetzt kann man die nacht erstmal überspringen weil jetzt schlafen die nämlich auch ja klar mal gucken ob die nachher immer noch ein ding sind in stimmung sind so haben wir jetzt eigentlich die blöcke die wir mitgenommen haben also die berufsblöcke irgendwo gegen getan oder haben wir die hier gehabt hier haben wir die hier mit denen hier haben wir ein leckern hat mir aber eigentlich auch mitgenommen dachte ich zumindest naja ich kann mich auch geirrt haben wie mache ich denn ein leckern ich weiß nicht mal mehr in den rezepten drüber soll das da müssen wir mal gucken müssten doch jetzt theoretisch wenn ich noch ein baby naja ich würde sagen wenn es dir gefallen hat dann lasst doch eine positive bewertung da oder ein abo und schönen abend noch tschüss